Herzlich willkommen bei Cine macht Auge bzw. Cine macht Cash. Wir reagieren oder schauen uns das aktuelle Video von KuchenTV an und zwar nur aus Gründen des Geldes, weil ich finde, hier kann man sehr schön sehen, Trickle Down funktioniert bei YouTube. Irgendwer macht irgendwas, verdient damit Geld und dann haben wir so diese ganzen Instanzen an Reaction Streamern da drunter und da trickelt das Geld dann auch irgendwie so down, habe ich mal gehört. Wie auch immer, heute ohne Hundemaske. Wir geben uns einmal, was der liebe Tim uns denn mitteilt. Jo Freunde, der kompletten Ausraster. Eigentlich sollte heute das Video zu dem 9 Stunden Made Down Stream von Shoyoka kommen. Allerdings geht er 9 Stunden und das dauert wirklich sehr, sehr lange. Sie hat zum Glück am 15.8. auch einen Stream gemacht und da wieder so eine halbe Stunde über mich geredet. Und ob... Das ist... Ey... Wisst ihr, woran man sehr gut erkennt, ob gewisse Entwicklungen absurd werden? Überlegt euch mal, ihr hättet eine Zeitmaschine und ihr reist jetzt so 200-300 Jahre in die Vergangenheit und dann müsst ihr jemandem erklären, was zwischen... Also was dieses Shoyoka-Kuchen-TV-Ding ist. Wie viele Monate bräuchtet ihr, damit derjenige insgesamt begriffen hat, was... Also ne, ihr müsst ihr erstmal verstehen. Ja, das sind Leute, die sitzen in Räumen und die filmen sich. Was heißt denn filmen? Ach so, ja. Also wie viel Vorwissen man eigentlich braucht, bis man rafft? Gute Antwort im Chat. Elf Monate. Man braucht elf Monate, um das Problem überhaupt zu erklären. Ich finde, daran merkt man auch so ein bisschen, so diese gesellschaftliche Degeneration. Ja, wenn Probleme so sind, dass sie, dass du sie, wie gesagt, ähm... Also du gehst in die Zeitmaschine, der reist 500 Jahre zurück und kannst jedem erklären, ey, mein Problem ist, ähm, keine Ahnung, ich hab nicht genug Essen, rafft der, ja? So, oder ich fühl mich nicht sicher, rafft der. So, aber da ist ein Typ im Internet, mit dem biefe ich mich. Was? Wer? Wo ist der? Was tut ihr? Obwohl das ja nur 28 Minuten ungefähr gegangen ist, sind das hier alle Clips, die ich rausgeschrieben hab. Ich hab die meisten nicht mal benutzt, weil es ist wirklich zu viel. Ich frag mich, wie man so viel Müll labern kann, wirklich. Wirklich? Wir fangen auch direkt mit dem heftigsten Vorwurf an. Und das ist folgender gegen mich. Dass ein KuchenTV ne Neigung gegenüber Minderjährigen hat, weil die Witze und die Häufigkeit der Witze, die er diesbezüglich macht, mich einfach vom Zuhören schon anekeln. Was? Will der etwa mit Hundemaske vor Kindern bellen? Also nein, er macht Witze, anzügliche Witze oder Pädophilie-Witze, wenn ich das richtig verstehe. Und weil er diese Witze macht und weil er sie so häufig macht, ist das ein Indiz dafür, dass das dann ja vielleicht stimmt oder was? Stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor. Du gehst mit dem Typ irgendwo hin und dann macht er konstant Witze über die Sexualisierung von irgendwelchen Zwölfjährigen. Einfach, mein *** war noch nie so trocken. Und mir sowas als... Also, ähm, ich sage dazu jetzt nichts. Das ist für eine Reaction irgendwie blöd, ne? ...ist halt menschlich mal wieder absolut ekelhaft. Außerdem würde ich auch gerne wissen, was diese massenhaften Jokes überhaupt sein sollen. Ich glaube, ich habe in den letzten Jahren maximal fünf Jokes über dieses Thema gemacht. Ja, also... Ja, fünf, komm, reicht. Offensichtlich ist das meine Neigung. Aber schön, dass du deine WuWu angesprochen hast. Ich habe nämlich mal eine Frage. Warum hat die Person, die dich in deinem Vorschau-Bild in den Streams darstellen soll, eigentlich so große Brüste? Was geht denn jetzt? Also, bei dir ist ja deutlich weniger zu holen. Oh, scheiße, wo bin ich hier schon wieder gelandet, Leute. Leute, 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 Leute. Ist das irgendwie ein Minderwertigkeitskomplex? Musst du da irgendwas ausgleichen? Ey, äh, den Vorwurf lasse ich nicht gelten, weil, ähm, wenn man sich Sinans Woche-Intro anguckt, dann sitze ich da auch und bin viel muskulöser, als ich eigentlich bin. Warte mal. Wir gucken mal in so ein problematisches Video von diesem Sinans Woche. Dieser Typ, ne, wenn der sein Intro da macht. So, allein schon das erste Bild. Will der mich verarschen? Leute, also, ich, ich, ich mache ja Sport, ne? Aber das, ich kenne mein eigenes Intro nicht. Kommt da nicht noch eins? Das ist... Doch, warte mal. Das ist halt die Schnauze. Ne, da, da, guck mal hier, da ist dreimal der Lauch. Und jetzt kommt, glaube ich, irgendwie da... Ja, auch der hier. Warte mal. Intro ist zu schnell. Das Intro zu schnell, bist du zu langsam. So, warte mal. Hier. So, danach kommt nochmal der hier. So. Ja, auch viel zu viel. So viel habe ich nicht. Was denn macht der Haare? So, und, ähm, das, das Ding ist natürlich, also, ich habe versucht, die KI, ich habe so geschrieben, mach mir mal so ein Typen, weißes Shirt, Jogginghose, rote Käppi in einem total futuristischen Studio. Und, ähm, die KIs, die sind irgendwie, die neigen dazu, völlig immer zu übertreiben. Und da habe ich halt nicht Nein gesagt, ne? Habe ich genommen. Weil ich sage, komm, ähnlich genug. Klär uns das mal. Aber gut, jetzt geht es richtig los. Shoyoka hat jetzt nämlich wie aus dem Nichts ihre Meinung geändert, weswegen sie ihren YouTube-Kanal erstellt hat, wo täglich ein Video-Gig mich hochgeladen wird. Jetzt auf einmal hat es... Ja, ganz ehrlich, also, das macht die doch auch jetzt, weil die gesehen hat, äh, das bringt richtig Cash und die will auch Geld. So wie wir alle. Und wenn wir uns alle darauf einigen wollen, würden, oder einigen würden, dass wir, dass wir diesen ganzen Beef, und sei es nur hinter den Kulissen, jetzt weiß ich gerade nicht, vielleicht haben die das ja schon gemacht. Das ist nämlich folgenden Grund. Und wir können wieder eigene Inhalte machen. Was glaub... Hm. Hm. Glaub ich das? Was glaubt ihr, warum das so aufgebaut ist? Was glaubt ihr, warum der Kanal so passiert, wie er passiert? Was glaubt ihr, warum da jeden Tag ein Video kommt? Jetzt auf einmal hat es nämlich nur noch den Sinn, mich quasi abzulenken, damit sie wieder ihren normalen Streaming-Content bringen kann und ich quasi einfach was anderes... Ich verstehe auch hier wieder nicht, also, warum ist das denn wichtig, also, sie sagt ja jetzt gerade, sie muss Kuchen-TV mit quasi so Dummy-Videos bespielen, die machen wir am Freisag einmal fertig und dann kann er eine Woche damit so rumspielen und dann können wir uns, ähm, mit anderen Inhalten beschäftigen. Äh, warum, warum kannst du das nicht einfach so? Also, hä? Also, es zwingt dich doch niemand darauf zu reagieren, du musst, du musst das ja gar nicht mehr, du kannst immer dein... Also, das ist so wie, ähm, ne, mein Waldi bei Twitter, also, äh, hier, ähm, 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 der, 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 der irgendwie die ganze Zeit, äh, jeden Schritt von mir verfolgt, was ich so online mache, ich, ich kann jetzt hingehen und sagen, äh, ich, ich, ich kann überhaupt keinen Content mehr machen, weil, weil ich muss mich die ganze Zeit mit Waldi beschäftigen und dann denke ich mir so, jetzt hab ich's, ich mach einfach immer freitags fünf Waldi-Videos und dann kann der sich damit beschäftigen und dann kann, wieso? Ich, ich kann doch einfach, ich kann einfach was lassen. Ich muss ja gar nicht hingucken. Ich weiß nicht, also, wir genießen irgendwie so Freiheiten oder manche, also, eigentlich, wir genießen alle Freiheiten, die wir aber nicht, die wir irgendwie nicht wählen. Warum nicht? Das zu tun habe, weil ich jetzt täglich auf ein Video von ihrem Kanal reagieren kann. Das ist ziemlich komisch, denn bevor du diesen Kanal gegründet hast, klang das im Stream noch irgendwie ein bisschen anders. Und in diesem Kontext möchte ich euch gerne einen Stream für Freitag ankündigen. Und der Stream für Freitag wird KuchenTVs Leben verändern. Das könnt ihr, da könnt ihr euch sicher sein. Das wird großartig werden. Ich freue mich sehr drauf. Und auch auf Discord hast... Es gab ja diese Kuchen-Files und dann auch, ne, also, das wird das Leben verändern. Und ich frage mich immer, also, was ist so die, die Vorstellung? Glaubt, glaubt so Shuyoka so, dass sie, wenn sie jetzt irgendwie nochmal alles zusammenträgt, dass dann ganz viele Leute da draußen sitzen werden und sagen, ach so, das wusste ich noch nicht von Tim. Ah, ja, jetzt, das ändert alles. Es ist doch jetzt schon so, dass die hunderttausenden Leute dieser Shitshow einfach nur folgen, weil es halt GZS-Set ist. Also, es ist halt einfach unterhaltsam, was da so passiert. Und wenn die sich... So makaber das klingt. Weil ich glaube, dass manchen von denen das auch gesundheitlich nicht gut tut. Aber das ist doch ne reine Shitshow. Und man hat doch Bock, dass das da irgendwie weitergeht. Also, ich glaub, da kommt keine Information zutage, die das Game nochmal jetzt ändern würde. Hast du noch ganz groß angekündigt, jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt für KuchenTV? Irgendwie klang das Ziel in den Streams, als du dann darauf eingegangen bist, auch irgendwie noch ein bisschen anders. Und glaubst du, so ganz grundlegend gesprochen, dass der Schiedsrichterverband, bei dem du jetzt gerade pfeifst, bei dem du jetzt gerade pfeifst, das immer noch so witzig findet, was du da eigentlich veranstaltest, wenn man sie mal damit konfrontiert, wie du im Internet mit Zwölfjährigen umgehst? Ich weiß nicht. Sie hat doch eigentlich damit vorgehabt, dass ich von den Plattformen gecancelt werde, keine Werbepartner mehr habe und kein Schiedsrichter mehr bin. Oder habe ich da einfach nur alles falsch verstanden? Wo kommt denn jetzt plötzlich dieser Sinneswandel her, dass du sowas hier sagst? Ich hab einfach nur nach einer Methodik gesucht, wie ich einen KuchenTV beschäftigt bekomme und meine eigenen Inhalte wieder passieren können. Und der springt halt übers Stöckchen. Das ist halt die Dynamik, die hier stattfindet. Und da kann... Also mittlerweile, ich würde mir ja wünschen, dass sie da tatsächlich mit so einem Kalkül an die Sache geht. Ich kann es mir aber irgendwie nicht vorstellen. Aber ich finde es gut, wenn sie vielleicht jetzt... Man kann ja auch Taktiken ändern. Es kann ja sogar sein, dass einem das erst mal zugesetzt hat, dass man dann irgendwie gedacht hat, ich reg mich auf, ich mache ein Video dazu. Und dann aber irgendwann denkt man nach, weißt du was? Das kann ja durchaus sein. Also ich habe auch in den letzten Jahren meine Herangehensweise... Also ich musste das ja auch erst mal alles so ein bisschen so raffen mit dem Internet. Und dass dann irgendwann, wenn man das Falsche sagt, das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt gar nicht, wenn man das Falsche sagt, dass dann irgendein wohlgeleibter Streamer um die Ecke kommt und einfach Beef anzettelt aus dem Nichts. Das wusste ich nicht. Und das hat mir am Anfang auch zugesetzt. Und dann irgendwann habe ich über das Spiel gekapiert. Also es ist halt diese Welt, die braucht das. Diese Twitch-Welt irgendwie. Und vielleicht ist ja Shoyoka jetzt auch so langsam... Also ich hoffe, dass sie sich jetzt da nicht selbst belügt, sondern dass sie so merkt, ach weißt du was? Den Kampf, diesen Kampf, den kann man gar nicht gewinnen. Da kannst du jetzt noch Leute anschwärzen und so. Du kannst jetzt irgendwie versuchen beim Schiedsrichterverband. Und habt ihr nicht gesehen, was dir alles Schlimmes gesagt hat? Doch haben wir alles gesehen. Aber es ist halt nicht schlimm genug. Und es ist bei den allermeisten Sachen. Also mittlerweile, ich habe ja manchmal so das Gefühl, zum Glück, der Wind dreht sich etwas. Also dieses Einordnen und Problematisieren von Aussagen. Es hat so ein Zenit überschritten. Und ich kann es nicht mehr hören. Also vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung. Aber immer, wenn ich irgendwie lese, weiß ich nicht, der und der hat was Schlimmes gesagt. Also wer glaubt denn noch, dass da was Schlimmes kommt? Sondern da denkt man noch so, ach so. Erzähl. Red erst mal weiter. Er erklärt dann aber parallel, Shoyoka verliert das alles. Nein, Bruder. Ich habe dich einfach nur ausgedribbelt. Und meine eigenen Inhalte können wieder passieren, weil du mit dir selber Ball spielst. Danke. Das ist aber jetzt wirklich auf Kindergarten-Niveau. Ich mache mal ein bisschen schneller. Also auch für diesen Streit ist das Kindergarten-Niveau. Danke, dass du einmal mitspielst für uns. Sie widerspricht sich hier übrigens auch mal wieder selber, was ja irgendwie klar ist, denn im gleichen Stream sagt sie auch das hier. Weil eben diese Dymamik nicht daraus besteht, dass Shoyoka... Dymamik? ...antwortet, sondern... Klingt wie so ein koreanisches Essen. Ich nehme an, wie das Dymamik? ...und wir führten einen rechten Kulturkampf, den er selber nicht versteht. Äh, Politisierung. Aua. Lass es doch einfach. Und dieser Kulturkampf schafft bei ihm... Nein, es ist kein rechter Kulturkampf. Es ist der traurige Versuch, irgend so einen grenzdebilen Internetstreit zwischen zwei Internetpersönlichkeiten auf eine politische Ebene zu hieven, die da einfach nicht ist. Und das, äh, ja, ich weiß, da hast du auch deine Kollegen von der... von diversen Stiftungen. Ja. Im Reichweite und Geld. Sie sagt ihr ja selber, dass es mir nur um das Geld geht. Und das ist ja auch genau die Argumentation, und die ihr Anwalt die ganze Zeit gegen mich raushaut. Also hat sie mich jetzt damit ausgedribbelt, dass sie mir jeden Tag ein Video hochlädt, worauf ich reagieren kann, damit ich noch mehr Reichweite und noch mehr Geld verdienen kann. Also ich weiß nicht, eigentlich klingt das ja eher so, als wenn du mir in die Karten spielen würdest. Und die Reaction-Videos... Nein, du bist, äh, du bist mein Hühnchen und springst über mein Stöckchen. Nein, du springst über mein Stöckchen. Und ich, wirklich, ich hoffe so sehr, die haben einen Deal. Kommt wirklich super gut an. Also vielen lieben Dank an dich an dieser Stelle. Ich verstehe auch ehrlicherweise nicht so ganz, warum das jetzt dafür sorgen soll, dass du wieder deine normalen Stream-Content machen kannst. Denn du hast ja sowieso allen verboten, auf Dinge von dir zu reagieren, wenn es nicht um die Person geht, die sich das gerade anguckt. Also wenn du einfach normalen Streaming-Content machen würdest, dann könnte ich dazu gar nichts sagen, weil ich sonst einen Strike kassiere. Diese Aussage macht aus so vielen Blickwinkeln einfach überhaupt keinen Sinn. Ich meine, sie lädt ein Video am Tag hoch. So eine Reaction von mir geht meistens nicht mal eine Stunde. Also selbst nachdem ich das Video geguckt hätte, hätte ich ja noch mehr als genug Zeit, um mich weiter mit dir zu befassen. Ich kann euch auch genau sagen, warum sie jetzt plötzlich ihre Meinung geändert hat und das nur noch ein Ablenkungsmanöver ist. Weil sie nicht das erreicht hat, was sie damit erreichen wollte. Shuyoka kann einfach keine Fehler einsehen. Sie ist... Ja gut, das können ganz viele nicht. ...wahrscheinlich wirklich davon ausgegangen, dass ich gecancelt werde, Leute von mir weggehen, ich gehatet werde. Es ist eigentlich genau das Gegenteil passiert und alle lachen Shuyoka aus. Zu diesem Fehler eingestehen muss ich, habe ich aber auch noch mal eine eigene Meinung. Ja, eine eigene Meinung! Und zwar, das lese ich immer ganz häufig, so Fehler eingestehen oder Fehler zugeben. Ich glaube, ich hatte mal mit Nikhil auch ein Gespräch dazu. Man muss sich immer die Frage stellen, für wen macht man das? Cui Bono! Ja, wem nutzt es? Und wenn wir jetzt davon ausgehen, also bei dieser festgefahrenen Situation, selbst wenn jetzt Shuyoka irgendwie einen Fehler gemacht hat oder was gesagt hat, was drüber war oder so, wem gegenüber müsste sie denn einen Fehler zugeben? Also KuchenTV natürlich überhaupt nicht. Also das würde ihr ja gar nichts bringen. So strategisch, taktisch bringt ihr das gar nichts. Wenn sie einen Fehler einsehen würde und das hätte zur Folge, dass in ihrer eigenen Community das als gut angesehen würde, wo man sagt so, wow, krass, finde ich gut, dass du das einsiehst, dann ergibt das Sinn, das zu tun. Aber das sehen wir doch in der Shuyoka-Bubble nicht. Also das würde man ihr doch sogar als Schwäche, denke ich mal, auslegen, wenn sie jetzt irgendwie einmal hingehen würde und sagt, sorry Kuchen, da bin ich übers Ziel hinausgeschossen. Das wäre ja Schwäche wahrscheinlich für diese Bubble. Und dann ist auch völlig klar, also aus Schiedsrichter-Sicht sage ich, es ergibt keinen Sinn. Also da brauchst du dich noch 3000 Mal drüber aufregen, dass sie keine Fehler einsieht. Aus ihrer Sicht ergibt das keinen Sinn. Und jetzt gerade schreibt jemand im Chat, das wäre sogar sympathisch. Ja, aber nur für die andere Seite. Also das wäre, Kuchen-Fans würden dann sagen, wow, starke Leistung. Aber bei denen will sie gar nicht punkten. So, weil die alle in Lagern denken. So, das heißt, wenn du, wann ergibt dann eine Entschuldigung oder was heißt Entschuldigung, ein Einsehen eines Fehlers Sinn? Ja, wenn du nicht mehr in Lagern denkst, wenn du nicht, wenn du einfach dir überlegst, ich will unabhängig von irgendwie meiner und derer und dieser Fanbase als aufrichtiger Mensch wahrgenommen werden. So, ich mache jetzt mal hier, ich sage jetzt mal ganz großkotzig so, mir ist das zum Beispiel wichtig. Ich möchte als ehrlicher Typ wahrgenommen werden. Ich sage aber auch mal Scheiße und so weiter, aber wenn ich irgendwie ganz daneben liege, dann gebe ich das auch gerne zu. Aber warum gebe ich das zu? Nicht, um bei irgendeiner Fraktion zu punkten, sondern weil es mir wichtig ist, dass egal wer, ja, egal wer, also eben in einem anderen Video hatten wir ja Finesse Reaction da drin und dann kann ich doch ohne Probleme auch sagen, so, nee, bei dem Punkt bin ich voll bei ihr. So, weil ich das nicht sehe als ich gegen sie und diese Community gegen diese Community. Also dieses, sie kann keinen Fehler einsehen, ja. Wir gegenüber natürlich nicht. Da das aber nicht geklappt hat und sie jetzt auch nicht einsehen kann, dass das eine absolute Müllidee gewesen ist, ändert sie ihre Meinung jetzt halt so, dass sie trotzdem noch als Siegerin dasteht. Ey, es ist wirklich unfassbar. Sie sagt jetzt halt wirklich, so, ich lenke dich jetzt mit diesen Videos ab, mit denen du einen Haufen Geld verdienen kannst. Ha, ausgedribbelt. Ich bin viel klüger als du. Genauso dumm geht es dann noch weiter. Wir sollen halt dann auch den Raum schaffen, selber wieder eigenen politischen Content passieren zu lassen, weil das eigene, eigentliche Ziel ist. Politischen Content, ey, ich kann es mittlerweile, ne. Also, das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier auch mit Twitch streamen und Reactions und so anfange. Ich muss hier dazwischen grätschen. Ich muss, ähm, ich muss das Ganze irgendwie ad absurdum führen, weil das hier immer noch Leute gibt, die behaupten, hier würde irgendwie politisch was passieren. Das ist so grenzdebil. Also, wirklich, ähm, wenn überhaupt, dann ist das halt, ähm, in diesen Ligen, wo wir gerade unterwegs sind, ist es Unterhaltung. So, dann gehen wir ein bisschen höher. Wenn Imp sich jetzt irgendwie mit einer Biologin unterhält, dann ist es Bildung. Okay. Wenn jemand ein bisschen mehr recherchiert, ähm, Alicia George zum Beispiel, dann gehen wir in Richtung Journalismus. So. Aber, dass hier politisch wirklich etwas passiert, Leute. Ich finde, das ist, das ist so, also, wenn du dich politisch engagieren willst, dann geh in deiner Region, äh, in deiner, ähm, kommunalen Ebene. Ich kenne mich da nicht aus, aber wenn du wirklich was bewegen willst, dann geh in eine Partei in deiner, in deiner Region und bewirke mal was vor der Haustür. Also, das war ja auch, das ist ja auch so lächerlich, äh, wenn, wenn irgendwie, keine Ahnung, damals, ähm, ein, ein Oliver Janich aus den Philippinen, äh, die deutsche Politik beschreibt. Was für ein Schwachsinn. Also, die, wie es Deutschland geht. Du lebst in den, auf den Philippinen. Oder wenn, wenn, wenn irgendwelche Streamer in Irland oder Dubai sitzen und, und das Geschehen in Deutschland kommentieren, wo sie irgendwie, weiß ich nicht, ähm, fünf Sechstel des Jahres gar nicht sind. Leute, das ist Unterhaltung. Nichts anderes. Wir sind halt politische Essays. Und die werden auch vor allem dann richtig Luft bekommen, wenn ich nicht mehr den Großteil meiner Tage damit verbringen muss, Gerichtsprozesse zu führen. Oh Mann, ich würde so gerne... Ey, auch so ein Tipp mit diesen ganzen Gerichtsprozessen, ne? Ihr müsst die nicht führen. Ihr müsst das nicht machen. Das ist so, ich würde gar nicht wissen, wie viel Geld die schon, äh, wie viel Geld die schon an Anwälte gezahlt haben. ...gerne normalen Content bringen, aber diese ganzen Gerichtsprozesse die ganze Zeit, ja, Shuyoka, die liegen daran, weil du uns die ganze Zeit vor Gericht ziehst. Das Einzige, was ich eingereicht habe, war die negative Feststellungsklage. Da hat sie zurückgezogen, ich hab also gewonnen. Und was hat Shuyoka seitdem gemacht? Zwei Klagen eingereicht. Einmal wegen Thumbnails, die sowieso niemanden mehr interessieren, und einmal wegen... Ja, das ist halt diese Juristerei, ne? Dass du dann irgendwie nochmal, mhm, aufgrund von... irgendwas, also du gehst dann über den, über den Umweg des Urheberrechts oder so, um nochmal irgendwie ein Stöckchen reinzuschmeißen. ...wegen zwei Aussagen, von denen eine diese hier gewesen ist. Du beschwerst dich darüber, dass du die ganze Zeit Gerichtsprozesse hast, obwohl du uns die ganze Zeit vor Gericht zerfst. Ich komm darauf nicht klar. Oder auch diese Aussage hier. Ist für mich persönlich, ist das halt super wichtig, dass ich eigentlich meinen Fokus für mich selber auf eigene Video-Essays legen möchte. Weil, während ich auf der einen Seite zwar akzeptiert habe, dass ich aus diesem ewigen Hass, aus dieser ewigen Hass-Spirale nicht rauskomme. Ähm... Doch, man kommt raus. Einfach ignorieren. Aber, ich glaub, also, ich weiß nicht, das ist anscheinend ein schwerer Schritt. Keine Ahnung. Und ich kann das auch emotional ein Stück weit verstehen. Also, wenn ich jetzt, 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 auf Twitter gehen würde und ich würde mal gucken, was Valdi und äh, Co. so schreiben. Dann würde ich etwas finden und da bin ich ganz ehrlich, natürlich, was einen so kurz mal triggert, wo man denkt, ach nee, das muss doch nicht sein. So. Und dann könnte ich daraus wieder, äh, ja, Videos machen und dann könnte ich sagen, das muss aufhören und so weiter. Aber es wird nicht aufhören. Ab einem gewissen Bekanntheitslevel ist es einfach völlig normal. Du wirst immer Leute haben, die finden dich scheiße und wenn du dann nicht, äh, so reagierst, wie die Leute das möchten, dann gibt es manche, die fressen sich so und dann daran fest, ja. Du hast nicht eingesehen, dass du scheiße bist. Jetzt, äh, beschäftige ich mich nur noch mit dir und du, die einzige Möglichkeit, die du hast, ist, ignorierst, kümmer dich nicht drum. So. Und deswegen, also wenn Chiyoka das ernst meint und sagt, sie will in einen Zustand kommen, wo sie sich damit nicht mehr befassen muss, ja, dann lass es einfach. Also, dann, dann, niemand zwingt dich, ein Video dazu zu machen. Außer du willst es und da steckt ein magischer Plan dahinter oder ein gigantischer finanzieller Plan dahinter, weiß ich nicht. Und ich mich nur entscheiden kann, es tot zu schweigen oder meine eigene Stimme zu haben. Also, ich habe Chiyoka bestimmt 20 Gesprächsangebote gemacht. Ich habe sogar gesagt zu Askaron, ihrem Mod, ey, lass uns zusammensetzen, lass uns einen Kompromiss schließen und den kannst du dann Chiyoka schicken. Nichts wird angenommen. Und die, die setzt sich trotzdem noch in den Streams und sagt, oh man, die ganze Sache wird niemals enden. Doch, das ist ein Punkt, wenn du halt immer wieder neu schießt, ja, also dieser Spruch jetzt eben mit den pädophilen Witzen und so, das war, du musst halt immer wieder, also, komm Leute, wir haben doch einen Deal, das kann doch nicht sein. Sie, wir bieten dir das doch seit einem Jahr an, Digga, ich so, Mann, keine Ahnung, wir gehen direkt zum nächsten Clip. Das Einzige, was du machen kannst. Im Chat schreibt, schreibt gerade jemand, sie sagte mal, dass Ignorieren nichts gebracht hat, Kuchen hätte immer weitergemacht. Ja, ich sage ja nicht, dass das Ignorieren dazu führt, dass das aufhört, sondern du wirst es nicht stoppen. Ich habe auch, ich habe Baldi wirklich, ich habe den Mann irgendwie, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, sechs Monate ignoriert. Nicht, ich war bei Twitter gar nicht, ich habe das mir nicht angeguckt. Irgendwann bin ich nochmal drauf, habe gesehen, er postet immer weiter, ist immer weiter. So, aber was machst du denn dann? Ja, ignorieren, weiter ignorieren, unabhängig davon, ob das aufhört oder nicht, weil es ist so, es ist, wenn du es ignorierst und nicht hinguckst, dann ist es auch nicht da. Es ist so ein bisschen die Kinderlogik, ja, so, ich bin versteckt. Wenn du dir nicht hinguckst, das Problem, dann ist das Problem auch nicht existent, außer du machst es existent. Also, ja. Ernst ist selber, Talking Points zu setzen, selber zu entscheiden, wohin die Gespräche gehen und die Themen gehen und halt selber im Angriff zu bleiben, weil das alles, was die Zuschauerschaft halt mitbekommt, ist, wer rechtfertigt sich. Und der, der sich rechtfertigt, der wird als Lügner und als Verlierer wahrgenommen, völlig unabhängig davon, ob du die bangst, was die Gegenseite von sich gebracht hat. Die bangst? Ja, ich weiß nicht. Also, das ist auch so der Grund, warum ich dann, also, rechtfertigen würde ich auch nie machen. Mach dein Statement, sag, was du sagen möchtest. Wenn das irgendwann nicht mehr das ist, was du sagen willst, dann sagst du halt was anderes. Ach so, derjenige, der sich verteidigt, steht also immer als Lügner da. Dann können wir ja jetzt mal gucken, denn auf kurund.tv Uncut habe ich mich jetzt ja die ganze Zeit gegen deine Videos gewehrt. Links findet ihr die Bewerbungen, meiner Videos und rechts die dazugehörigen Videos von Shuyoka. Na gut, also, Bewertungen im Internet, das ist jetzt, haben wir jetzt, äh, das Volk entscheiden lassen, ja. Ja, du hast recht. Also, dadurch, dass ich mich verteidigt habe, stehe ich jetzt wirklich einfach als Lügner da. Shuyoka will es einfach nicht wahrhaben, dass sie nur Müll von sich gibt und verdreht das Ganze so, dass sie das trotzdem noch verteidigen kann, dass keiner hinter ihr steht. Mein Gott, sei doch mal ehrlich zu dir selber. Ähm, und meine gesamte Aufarbeitung, meine Entschuldigung, ist schon irgendwie auch ein Stück weit, aber auch witzig. Also, ist wie so ein Tauziehen. Ich frage mal gerade, in den Chat, ähm, war das denn, also ich verfolge das ja gar nicht so lange und auch nicht so intensiv, sind Stimmungen denn mal gekippt? Also, war das mal so, dass am Anfang oder in der Mitte oder so, dass, ähm, das Ganze so war so, da waren vielleicht mehr so auf Teamseite Shuyoka und fanden Kuchen doof und hat erst dann geschafft, so die Story zu kippen oder war es eigentlich immer die ganze Zeit so? Okay, Chat schreibt never, nie, nö, irgendwie nicht, nö. Okay, als Skirros mit dem Video kam, ja, das hab ich auch mitbekommen, Skirros, das war, das war auch heftig. Also, ja, das Skirros Video hat mich dann aber auch erreicht, also, das war die Geschichte, wo sie ja behauptet hat, ähm, er hätte ihr so in den Ausschnitt gefilmt, äh, auf der Gamescom und wäre irgendwie, ähm, ja, unaufdringlich gewesen und er hatte ja noch die Videoaufnahmen und man konnte ganz klar sehen, da war einfach gar nichts. Ah, da kam sie schlecht weg, also, ähm, ja, ich glaub, da ist das vielen aufgegangen, boah, das ist auch so mit das Schlechteste, was du eigentlich machen kannst, ne, ähm, behaupten, du wärst irgendwie belästigt worden und dann kommt raus, das stimmt nicht, äh, das ist, ich glaub, dafür wurde das Wort Bärendienst, äh, glaub ich, mal irgendwann erfunden. Ähm, all diese Dinge passieren in den Videos nicht, die werden geleugnet, die werden ignoriert, äh, da tut man so, als würden sie nicht stattfinden, ähm, und stattdessen versucht man einfach nur konstant irgendwelche Fehler zu finden. Das macht überhaupt keinen Sinn, in dieser Debatte irgendwie Fehler einzugestehen oder aufzuarbeiten, weil dafür interessiert sich die Gegenseite nicht. Sonst hätten sie viele der Punkte schon längst fallen gelassen, weil sie halt wüssten, dass ich mich erstens davon distanziert hab, zweitens dafür entschuldigt habe oder drittens aufgeklärt habe, was eigentlich gemeint war. Ja, gut, das ist halt, das ist so ein bisschen das Internet-Game, ne, ähm, äh, das, das hab ich ja damals auch beim, beim Imp festgestellt, der wurde ja damals von, ähm, dem Reich Anders da, dieses löschliche Dokumentation, übelst, äh, diffamiert und dann kam das Ganze, ja, wurde ja nochmal dann auf eine prominentere Ebene hochgebracht, bei, beim Magazin Royale und es spielt am Ende keine Rolle, er kann, er konnte glaube ich zigtausendmal erklären, äh, Eik Randers, Eik Anders, ähm, er konnte es glaube ich zigtausendmal erklären und hat es auch mir damals ja erklärt, was da irgendwie die Sache ist und dann irgendwann merkst du, es spielt keine Rolle, irgendjemand wird es wieder nach oben bringen und dann kannst du dich schon wieder rechtfertigen und ich glaube irgendwann muss man es einfach sein lassen, also, äh, ich würde es auch nicht mehr machen, also, ich will rechtfertigen, ich würde das einfach nicht mehr, also, für die eigene Community macht man einmal irgendwie kurz ein Statement und danach sagt man, ähm, ja, wer mich damit noch belästigt, keine Ahnung, äh, alles was älter ist als ein Jahr, ich komme mir nicht damit. Ich habe auch letztens ein Video gesehen, ja, da hat jemand, ähm, so, auch wieder versucht, so zu debunken oder so aufzuklären, was aus, äh, Serdar Somuncu geworden ist und habe dann auch so Clips genommen, die irgendwie fünf, sechs Jahre alt sind, ähm, wo er irgendwie sich geäußert hat, wo es problematisch war und so weiter und hat das dann irgendwie so zusammengestellt und da hatte Serdar Somuncu sogar da drunter kommentiert und hat gesagt, hey, diesen Clip, den du benutzt, da habe ich mich doch schon, äh, zehnmal von distanziert oder habe das schon, es spielt ja keine Rolle. Das ist, ähm, ein großes Problem, weil, du kannst dich ja dann irgendwie rechtfertigen, aber das kriegt unter Umständen ja dann irgendwie auch keiner mit. Und für mich ist die einzige Erkenntnis daraus, die einzig brauchbare Erkenntnis daraus ist, wenn mir irgendjemand ankommt mit einem, wie nennen wir das so, Einordnungsvideo und hat da irgendwie ein Sammlerium an Clips aus den letzten zehn Jahren, dann muss ich einfach sagen, ja, ist ja, hast du dir ja viel Mühe gemacht, aber mich interessiert dann, dann würde ich immer sagen, okay, wo ist das neueste Statement? Wo ist das neueste Statement, die aktuelle Position der Person? Das interessiert mich. Was jemand vor zehn Jahren gesagt hat, ist mir dann einfach scheißegal oder vor fünf oder sechs, ist mir egal, weil, wenn wir das nicht machen, wenn wir immer wieder diese Altlasten ins Spiel bringen, dann verkennen wir irgendwie auch die Idee dahinter, dass wir sagen, Menschen können sich ändern. Also, wenn wir das nicht mehr annehmen, wenn sich Menschen niemals ändern können, dann brauchen wir eigentlich gar nichts machen. dann können wir jegliche Unterhaltung eigentlich sein lassen, weil jeder ist ja eigentlich schon immer klar, was er ist. Deswegen, also, diese Einordnungsvideos sind mittlerweile bei mir echt nur noch, lösen nur noch Brechreiz aus. Und was falsch verstanden wurde, das ist völlig egal, da geht es nicht um eine Diskussion, da geht es nicht um eine Auseinandersetzung, da geht es um Skandalisierung und Skandalisierbarkeit für Klicks. Du meinst also wie auf der Kuchenfight-Seite, wo meine Entschuldigungen und Klarstellung teilweise einfach gar nicht gezeigt werden, weil die Seite sagt, ey, das ist nicht glaubwürdig genug. Ja, Shioca, also für mich ist das genauso, deine Entschuldigung war einfach nicht glaubwürdig und deswegen ignoriere ich die halt. Das sollte ja für dich auch nachvollziehbar sein, denn bei mir machst du ja genau das Gleiche, oder nicht? Genau so hast du ja auch meine Entschuldigung weggelassen. Du hast damals angefangen, nein, du bist du, nein, Ach Gott, ey, dass die Leute sich auch immer alle distanzieren müssen und klarstellen müssen, ist auch immer so, äh, da frage ich mich ja auch immer, also warum, warum ist das allen Menschen so wichtig, wer sich wovon distanziert? Mir ist das manchmal, also mir ist das mittlerweile so egal. Und das heißt einfach, Irgendwer haut mal einen Spruch raus, denke ich mir so, pff, sehe ich nicht so. Ja. Es schwimmt in seiner Community mit und fügt sich dort halt in die Masse ein, weil es nicht auffällt. Obwohl ich... Es gibt so viele Triggerwörter mittlerweile, distanzieren, einordnen, debanken. Genau dazu ein komplettes Reel gedreht habe, wo ich mich von diesen Kommentaren distanziert habe. Im Übrigen, alles cool, ne? Es war, also es ist ja, in der, in der Grundessenz ist das ja mal irgendwie sinnvoll gewesen, aber es hat irgendwie so einen inflationären, ähm, ja, das ist irgendwie zu krass geworden. Also irgendwie, da ist so eine Sucht entstanden. Alles und jeder muss irgendwie eingeordnet werden. ...hat man nur komischerweise nicht gesehen. Auch zu diesem Skandalisieren bist du doch kein Stück besser. Bro, du hast dieses... Moment, du bist kein Stück besser, also gib der zu, dass er es genauso macht, aber sie auch nicht, oder was? Ich bin hier in einem deiner Videos kritisiert. Also jetzt mal wirklich, wie kann man denn da raus einen Skandal ziehen wollen? Aber ja, ich bin der schlimme Finger hier. Und gerade eine Shuyoka droppt dann sowas hier. Und als ihm die Inhalte ausgegangen sind, hat er sich Clips schicken lassen aus dem Jahr 2022 und hat die dann skandalisiert. Es ist wirklich schlimm von mir, dass ich Mitte 2023 Aussagen von Shuyoka kritisiert habe, die sie Ende 2022 gesagt hat. Was allerdings nicht ganz so schlimm ist, ist natürlich die Tatsache, dass Shuyoka einfach Sachen von vor 10 Jahren kritisiert oder irgendeinem Kuchen. Finde ich jetzt aber nicht so stark von Kuchen. Also dann wäre ja wieder die Frage, wo machen wir denn jetzt den Cut? Also sagen wir sechs Monate und dann haben wir so eine automatische Löschfunktion oder elf Monate oder so. Ich weiß nicht. Also ob das jetzt, wenn es alt ist und man kann das halt immer wieder aufkochen. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Irgendwelche Tweets von vor sieben Jahren, die teilweise gar nicht mehr online sind. Das darf man nicht vergessen. Für sie zählen hier ganz andere Grundsätze. Dazu hat ja auch Christian Solmecker ein Video zu den Kuchenfights gemacht. Was sagten die gute Shuyoka dazu? Für mich wäre viel interessanter gewesen, eine juristische Einordnung von Solmecker dazu zu bekommen, wieso es in Deutschland legal ist, Cyberbullying zu monetarisieren. Cyberbullying. Ach Gott. Also... Hass und Hetze im Netz und Cybermobbing und Bullying und so. Ja, ja, ja. Das ist alles ganz schlimm. Und sicherlich gibt es diese Fälle auch, aber man muss sich doch mal eins klar machen. Also würde KuchenTV Videos machen, die das, die keine Ahnung, ganz klar aus Mobbing sind, Beleidigungen sind, die darauf abzielen, dass man eine Person fertig macht. Diese Videos gäbe es auf YouTube nicht. Sowas wird gelöscht. YouTube ist relativ strikt. Also, ich bin mir relativ sicher, die gucken da genau hin. Gerade bei einem KuchenTV, der damit ja nicht wenig Geld macht. Die werden genauer darauf achten, ist da irgendwas drin, was man nicht sagen kann, was zu weit geht. Und da muss man schon sagen, nein, das ist alles soweit in Ordnung. Und wer das dann nicht akzeptiert, der landet kurz oder lang eigentlich immer beim Ergebnis, dass er sagen wird, ja, ich will eigentlich, dass sich die Gesetzeslage ändert und wir wollen härtere Gesetze. Wir wollen jetzt, dass das verboten ist und so weiter. Und da denke ich mir mal so, ja gut, aber dann wollt ihr im Endeffekt, und ich mache jetzt mal dieses Fass auf, dann wollt ihr auch die Meinungsfreiheit einschränken. Weil diese Lösungen, die man dann gesetzlich einführen müsste, die beschränken sich ja dann ja nicht auf einen Chuyoka-Kuchen-TV-Beef. So funktionieren ja Gesetze nicht, sondern die kann dann jeder für sich geltend machen. Und auf einmal haben wir das Dilemma, dann kommt der eine an und sagt, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Und dann sind wir alle nur noch in der großen Lösch- und Zensurfraktion unterwegs und alles muss, keiner sagt, er darf was sagen und so. Also, solange da irgendwie keine knallharten Beleidigungen sind, darf man das alles machen. Was ist denn das? Das wäre schon wieder eine schöne Vorstellung. Dann kommt schon wieder wahrscheinlich der Nächste um die Ecke und sagt, muss man ein Safe Space im Internet? Im Internet hast du kein Safe Space? Zieh den Stecker, dann hast du Safe Space. So. Vor lauter Wut ihr auf die falsche Kamera gedrückt. Hab gar keine Wut. So. Mich hätte viel mehr interessiert, wie er juristisch dazu steht, dass ein erwachsener Mann eine Zwölfjährige aus dem Internet gemobbt hat und wie er zu den ganzen Beleidigungen und Verleumdungen steht und was für ihn seiner Meinung nach als Volksverhetzung gelten würde. Das hätte ich viel interessanter gefunden. Ja, verstehe ich. Wie aber nicht. Ja, du hast recht. Es wäre wirklich interessant zu wissen, was Christian Solmecke zu dieser Volksverhetzungssache sagt. Also das, was er in dem Video getan hat, worauf du letztes Jahr selber reaktiv jetzt hast. Digga, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Sie hat das Video selber gesehen. Sie kennt seine Einordnung und frontet ihn trotzdem damit, dass das ja viel interessanter wäre. Hat er doch schon gemacht. Ich komme auf diese Dummheit einfach nicht mehr klar. Ich weiß nicht, was ich doch sagen soll. Richtig ab. Aber sie ist wirklich nett, denn sie bedankt sich sogar bei uns. Desto mehr Aufmerksamkeit bekommt sie. Und ich muss an dieser Stelle sowohl einem Solmecke als auch einem KuchenTV wirklich einmal meinen Dank aussprechen, weil mit meiner eigenen Reichweite hätte ich es niemals geschafft, Kuchenfeist so zu promoten, wie KuchenTV und Solmecke das gemacht haben. Ey, gerne, Mann. Gar kein Problem. Und wir können uns ja einfach mal angucken, wie krass diese Seite eigentlich gerade abgeht. Gut, ich habe natürlich jetzt nicht die genauen Benutzerzahlen oder so, aber wir können uns ja mal die Klicks der eingebundenen YouTube-Videos angucken. 203 Aufrufe nach zwei Wochen, 124 Aufrufe nach zehn Tagen, 218 Aufrufe nach drei Wochen und mein absolutes Highlight, zwei Aufrufe nach vier Tagen. Bro, niemand... Er stand da nicht nicht gelistet? Mein absolutes Highlight... Mann, die sind alle nicht gelistet, hä? Habe ich nicht verstanden. Zwei Aufrufe nach vier Tagen. Bro, niemand, wirklich niemand juckt sich für diese Seite. Die Videos über diese Seite haben hunderttausende Aufrufe und trotzdem informiert sich da keiner darüber, weil es niemanden juckt. Ey, gerne, du musst uns auch kein Geld für diese Werbung geben. Und natürlich sind die Bewertungen der Videos deaktiviert. Würde mich schon interessieren, die sind bestimmt super. Shoyoka bringt aber auch einmal Realtalk in diesen Stream. Alter, ihr Falter, das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist wirklich... Manche Menschen sind resistent gegenüber Fakten. Das ist richtig... Ey, ähm... Was mir gerade auffällt, Achtung, Küchenpsychologe Sinan, was sie ja ganz gerne macht, ist so das übertrieben Weglächeln, ne? Und, ähm... Ich kenne sie nicht gut. Aber... Ist das irgendwie so eine... Wie nennt sich das das? Eine Übersprungshandlung oder sowas? Ist das das richtige Wort? Ich weiß es gerade nicht. Das wirkt so... Es wirkt für mich auf mich gar nicht echt irgendwie. Also, das ist so... Ich versuche hier mal zu sagen, wie locker ich das alles nehme und... Also, das ist nur mein Gefühl. Vielleicht nimmt sie es wirklich voll locker. Klar, keine Ahnung. Aber mein Gefühl sagt mir irgendwie, das nimmt sie eher mit. Also... Finde ich... Das wirkt so ein bisschen wie so selbst eingeredet. You have a coping-Mechanismus. So was, ne? Richtig krass. Ist wirklich richtig krass. Ja, Shuyoka. So, Leute, gibt es. Mal gucken, ob du noch herausfindest, wer das sein könnte von uns. Säumeke wird in diesem Stream übrigens auch nochmal gefrontet. Er hat YouTube nur angefangen, weil wenn man bei Google nach Anwalt sucht, er nicht zuerst kommt, hat er selbst erzählt. Das Ego von Männern wird der Untergang dieser Welt sein. Holy... Moment mal. Das ist ehrlich gesagt... Wenn das wirklich der Grund ist, dann war das marketingtechnisch relativ clever. Also, zu sagen, wenn man Anwalt eingibt, dann komme ich nicht auf der ersten Google-Treffer-Seite da. Dann mache ich halt YouTube. YouTube gehört zu Google. Rechtsinhalte interessieren auch, also nicht rechte Inhalte, sondern Rechtsinhalte interessieren auch viele Menschen im Netz. Ist eigentlich ganz clever. Ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt wieder mit dem Männer-Take kommen muss. Männliche Egos. Ich würde gar nicht sagen Ego, sondern das war ja eher dann wahrscheinlich Motivation. Und ich glaube, ja, sind Männer häufiger krasser motiviert als Frauen? Das weiß ich nicht. Kennt sich da jemand aus? Also beim Sport oder so erlebe ich das sehr häufig. Gerade, wenn man auch so... Zum Beispiel, ich spiele Mixed Beach Volleyball. Also Low-Level-Hobby, ne? Und da fällt mir immer auf, wenn Jungs dabei sind... Jungs. Geht von mir. Jungs. Junge, Junge, Junge. Also so alte Männer dabei sind, die nehmen das so viel ernster. Ja, die sind 110, 120 Prozent am Start. Die wollen gewinnen. Und bei den Mädels, wir machen es jetzt mal passend dazu, bei den Mädels ist das dann immer irgendwie... Es geht dann doch mehr um die Geselligkeit. Und ja, so... Ich glaube schon, dass sich da so eine geschlechtliche... Wie sagt man das? Ausprägung kann man da wahrscheinlich durchaus sehen. Also wenn jetzt Solmecke, das heißt also, wenn er jetzt so sehr engagiert war, da irgendwie... Boah, ich will mit YouTube-Videos auf die Eins bei Google. Ich weiß gar nicht. Also man kann das jetzt so negativ framen mit männliche Ego. Aber man könnte auch einfach sagen, ja gut, der Bro war ziemlich motiviert. Muss man auch erst mal durchziehen. Also ich habe ja die Ausdauer meistens nicht. Außer jetzt bei diesem Twitch-Ding. Da gebe ich alles. Erst wenn ich eins auf der Twitch-Seite bin. Gibt es sowas? Dann höre ich auf. Fucking shit, ey. Was? Bro. Also, Christian Solmecke startet diesen YouTube-Account, damit seine eigene Kanzlei besser gerankt wird, damit er mehr Kunden für sein Unternehmen gewinnen kann. Und Shuyoka macht daraus, das Ego der Männer wird uns noch alle zerstören. Scheiße, jetzt klinge ich wie Kuchen-TV. Oder klingt er wie ich? Bro, der will einfach sein Unternehmen nach vorne bringen. Was hat das mit einem Ego zu tun? Als wenn er sich so gesagt hätte, diese andere Anwaltskanzlei ist über mir platziert. Das hält mein Ego nicht aus. Ich werde alles dafür tun, dafür zu sorgen, dass diese Kanzlei unter mir steht. Denn ich bin Christian Solmecke. Shuyoka zeigt in diesem Stream übrigens auch wirklich perfekt, wie sie... Er geht trainieren, ne? Ich sehe das mal bei Instagram. Also, mit Twizy. Er geht manchmal nicht so, aber... Aber er geht ins Fitnessstudio. Finde ich gut. ... sie mit Kritik umgeht. Und zwar bekommt sie folgenden Vorwurf. Was war nochmal mit deinem Auftritt auf einer TikTok-Bühne? Ich komme im Chat im Chat. Sinan Kucholus. Das ist mein neuer Nickname. Wie ist deine Einordnung dazu? Und geht sie darauf ein oder nicht? Wir sind gespannt. Du meinst, mein Auftritt auf einer TikTok-Bühne von 2022, wo ich die TikTok-Bühne moderiert habe? Was angeprangert wurde von Tobias Hoch und KuchenTV, die beide einen aktiven TikTok-Kanal haben, dort streamen, Videos hochladen und damit Geld verdienen? Ich frag nur, ob wir über die gleiche TikTok-Geschichte reden. Anstatt also inhaltlich zu antworten, warum sie ihre eigenen moralischen Grundsätze nicht einhält, zieht sie die UNO-Reverse-Karte und sagt, ja, aber Kuchen und Tobias Hoch, die sind auch auf TikTok unterwegs. Deswegen muss ich mich hier für gar nichts rechtfertigen. Digga, das ist doch keine Antwort auf die Frage. Geh doch darauf ein. Du wirst doch gerade gefragt. Das hat doch mit uns gar nichts zu tun. Ja gut, aber das ist die ganze Zeit die Argumentation. Äh, aber selber. Das ist, äh, das machen aber beide. Also, sorry Kuchen, machst du auch die ganze Zeit. Äh, aber selber. Und es geht natürlich noch weiter. Es geht bei der Frage um dich und nicht um andere. Gut, dann arbeite ich die TikTok-Bühne von vor zwei Jahren jetzt noch ein neuntes Mal in meinem Stream auf. Wie gesagt, mal wieder Lust. Okay, jetzt wäre aber die Frage, was ist ihr aktuelles Statement dazu? Ich weiß nicht, dass gerade sie sagt, Boah, ja, dann geh ich noch mal darauf ein. Obwohl das zwei Jahre her ist. Ja, aber merkt ihr, ihr habt ja beide dasselbe Problem anscheinend. Während sie bei mir die ganze Zeit Dinge von vor zehn Jahren rausholt. Aber lassen wir das einfach mal. Ja, ja, aber merkt ihr, also ihr habt dasselbe Problem. Also, wenn man da raus will, dann hilft eigentlich nur, dass man wirklich einmal sagt, okay, einigen wir uns drauf. Machen wir Saisons, ja? Also, wie so, das ist ja hier so Staffel eins, zwei, drei, vier. Ich glaube, wir sind jetzt bei Staffel fünf oder so, bei Kuchen und Schuyukka. Und man sagt dann einfach, irgendwann macht man so einen Stichtag, da geht eine neue Staffel los. Und in dieser Staffel darf nur Sachen behandelt werden aus dieser Staffel. Da darf jetzt nicht nochmal so, ja, aber in Staffel drei hast du gesagt. Nee, 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 nee. Dann kommen wir ja nie aus der Nummer raus. Sagt sie denn jetzt inhaltlich noch irgendwie was dazu? Also, es geht konkret darum, dass ich eigentlich... Tipp aus dem Chat. Hackbart schreibt, alle elf Monate eine neue Staffel. Finde ich gut. Finde ich gut, weil da hat man dann auch, das ist nicht alle zwölf Monate, sondern alle elf Monate. Dann hast du so eine Verschiebung, ja? Dann ist Staffelstart nicht immer zum selben Zeitpunkt, sondern dann gibt es auch mal eine Sommerstaffel, also die im Sommer losgeht, eine Winterstaffel, Christmas Special. Einmal auf Instagram gepostet habe, auf Meta, dass ich auf einer TikTok-Bühne stehe. Das ist der Vorwurf. Das bedeutet, jeder Influencer, der seinen TikTok-Kanal auf Instagram bewirbt und sagt, ich mache dort Sachen, macht jetzt Werbung für KZs, lauter Beispiele. Ähm, worum geht es überhaupt? Wie ist es hoch? Ach, du hast gearbeitet und das ist nicht okay. Ja, weil ich habe für TikTok gearbeitet. Und für TikTok arbeiten vor zwei Jahren ist nicht okay. Auf TikTok streamen, Videos hochladen, Werbung dafür machen, dass man dort drauf ist, dort Inhalte promoten, die Plattform so nutzen, dass die monetarisiert wird und man dort Geld bekommt, da ist alles okay. Junge, das ist halt überhaupt nicht das Gleiche. Als Influencer bist du nun mal auf manche Plattform angewiesen. Ob du die Firma dahinter jetzt magst oder nicht. Nehmen wir mal an, du bist ein krasser Antikapitalist und willst die Leute darüber aufklären. Dann brauchst du, um Reichweite zu generieren, halt Plattformen wie YouTube, Twitch oder TikTok, auch wenn das ja eigentlich gegen das ist, gegen was du gerade vorgehen möchtest. Die Plattform zu nutzen ist das eine, das muss man halt machen, kann man nichts gegen tun. Das andere ist aber, sich von dieser App bezahlen zu lassen und eine Bühne zu moderieren, wo du mit deinem Gesicht dann für diese Firma stehst. Finde ich aber jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Korinthen-Kackerei. Also das ist so ein bisschen die Frage, also er rechtfertigt ja jetzt, gut, wenn du über Sachen anständig aufklären möchtest, dann musst du ja auch irgendwie in den sauren Apfel beißen und musst dann auch diese Plattform nutzen. Ich kenne das ja selber zum Beispiel, diese Geschichte, ich will irgendwie meine Themen behandeln, ich will aufklären, aber gleichzeitig will ich eigentlich nicht dieses mit Emotionen spielen aufregen. So, wenn man das aber gar nicht macht, also nicht mal im Thumbnail, nicht mal mit dem Titel, nicht mal im ersten Abschnitt des Videos oder so, dann kann ich euch verraten, dann siehst du einfach, wie die Klickzahlen runtergehen und am Ende bist du mit deiner ganzen Aufklärung oder mit deiner Arbeit oder mit deinem Unterhaltungswert auch irgendwie nirgends angekommen, weil es halt keiner sieht. Das heißt, du musst immer irgendwie einen Kompromiss finden. Das geht ja in vielen Bereichen so weiter. Also zum Beispiel, ich fand immer diese ganze, dieses Sponsoring-Scheiße. Also ich habe immer YouTube-Videos geguckt und jedes Mal, weiß ich nicht, dann kommt irgendwann, dieses Video wird gesponsert von und dann kann ich mir irgendwie zwei Minuten anhören, wie irgendein Content-Creator eine Sache bewirbt, die er einfach nicht nutzt, einfach nicht benutzt, einfach nicht, das ist kein Produkt aus seinem Leben, das ist keine ernst zu nehmende Empfehlung, das ist halt einfach Schwachsinn und ich habe mittlerweile verstanden, ja, wenn du halbwegs Geld verdienen möchtest, dann muss man das machen. Ich mache es nicht, bis heute nicht. Das ist so dieses Ding, wo ich sage, da ist meine Grenze, ich könnte es auch nicht, ich kann mich nicht hinsetzen und sagen so, jo und dieses Video wird im Übrigen von, keine Ahnung, dieser Handy-Marke hier gesponsert, boah, das ist das Geilste, ich kenne mir einfach behindert vor, sorry, darf man nicht sagen, ich kenne mir einfach doof vor, aber gleichzeitig sehe ich ja, nicht jeder kriegt das dann vielleicht auch so hin wie ich, dass ich jetzt sage, hey, schick mir einfach einen Euro, also bei mir ist halt viel der Einnahmen sind Zuschauer finanziert und ich nehme einfach nicht so viel ein wie andere, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Jetzt könnte man sagen, voll edel oder voll dumm, aber am Ende muss das auch wieder jeder für sich selber entscheiden und das ist glaube ich das, worauf ich hinaus will, ja, darauf will ich hinaus, ich werde immer vorsichtig, dass bei anderen, also ich versuche wegzukommen von dieser Beurteilung, am Ende muss das jeder für sich selbst entscheiden, was er für einen Weg geht, was er für Kompromisse im Leben eingeht, ob er sagt, ich nehme das Sponsoring mit, ich nehme den TikTok, weiß nicht, das TikTok mit, auch wenn ich TikTok scheiße finde oder ich nehme auch das als Speaker dazu sprechen mit, finde ich jetzt ein bisschen so den Take zu sagen, das eine ist in Ordnung, das andere aber nicht, weiß ich nicht. Selbst das wäre ja nicht mal dramatisch, geh da auf die Bühne, wie du möchtest, aber du hast deine eigenen moralischen Grundsätze einfach mit Füßen getreten. Bei Hogwarts Legacy sagst du noch ganz groß, wir müssen... Ja, 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 verstehe das, aber, und ich verstehe auch, dass er hier den Spiegel zeigen will und gerade für jemanden, der sehr, sehr häufig mit Moral argumentiert, das ist ja auch im Übrigen einer der Gründe, warum ich Moral als Argumentation immer furchtbar beschissen finde, weil sie führt immer am Ende zu diesem Dilemma, dass du dann sagst, ja, aus moralischen Gründen und dann sagen die Leute aber nicht so, ja, ja, okay, hast recht, sondern die sagen dann, ja, aber was ist denn damit und da machst du das aber anders und dann fangen wir immer an, weil niemand im Leben handelt komplett stringent in allen Bereichen. Wir sind, in manchen Bereichen lassen wir uns moralisch überzeugen, bei anderen sind wir moral flexibel, das ist ganz normal und menschlich und deswegen ist die Argumentation über Moral auch immer so angreifbar. Wir müssen das Spiel boykottieren, J.K. Rowling ist richtig doof. Aber gleichzeitig lässt du dich von TikTok bezahlen, um die Bühne zu moderieren. TikTok, eine App, die von der chinesischen Regierung geleitet wird, die gerade nur so nebenbei einen Völkermord an den Uiguren begehen, die generell dafür bekannt sind, zehn Millionen tausende Menschenrechtsverletzungen zu begehen. Jetzt klingt er wie ein Woki, ne? Und generell das Land vielleicht jetzt nicht so mit deinen Werten zusammenpasst. Du widersprichst dir mit deinem Grundsatz, denn warum boykottierst du Hogwarts Legacy, aber nicht diesen Auftritt auf der Bühne? Hättest du irgendwas davon, lieber Tim? Würde das irgendwas ändern? Ich weiß nicht. Das überzeugt mich argumentativ nicht. Also, ja, du kannst an Leuten sagen, je härter du selbst die moralische Keule schwingst, desto angreifbarer machst du dich selbst. So. Punkt. Jetzt darfst du aber nicht den Schritt gehen und sagen, und deswegen greife ich dich jetzt moralisch an, weil, also, dann begibst du dich ja doch auf diese Argumentation. Und dann geht das Spielchen wieder zurück und dann kommt, dann wird sie sagen, ja, du machst dafür aber Witze so und so auf Kosten von und dann, und dann, das ist, da kommst du nie auf den grünen Zweig. Kannst ja die App auch nutzen, ohne die Bühne zu moderieren. Diese Doppelmoral wurde dir aufgezeigt. Wie kann man das denn immer noch nicht verstehen? Geld ist dir anscheinend wichtiger als deine eigenen moralischen Grundsätze und das ist der Vorwurf. Deswegen habe ich erst keine, denn dann kann ich Werbung für alles machen. Aber. Okay. Ja. Das ist der Schachmatt-Move natürlich, ja, also. Ihr ist nach langem Überlegen noch ein epischer Konto eingefallen. Hallo Readers. Wann distanziert sich KuchenTV eigentlich vom DFB? Ja. Ich check's nicht mal. Egal, komm, weiter. Aber vor zwei Jahren auf einer TikTok-Bühne zu moderieren, auf der ich unter anderem Panel mit Gnu und Rezo und Co moderiert habe, die übrigens alle mehr Geld dafür bekommen haben, dort auf der Bühne zu stehen als ich, die die Moderation gemacht hat, das ist nicht okay. Die Kritik richtet sich auch nur gegen mich, die es moderiert hat, aber nicht gegen Rezo, Gnu und all die ganzen anderen Content-Creator, die ich interviewt habe auf der TikTok-Bühne. Ja, also, wäre mir neu, dass Gnu und Rezo dafür bekannt sind, Boykott-Aufrufe gegen andere Sachen zu machen und dann quasi gegen ihre eigenen moralischen Grundsätze zu steuern, aber was ist das auch für ein Punkt? Nee, ihr dürft mich nicht kritisieren, weil die anderen haben das auch gemacht und bei denen scheint das okay zu sein. Okay, also heißt es jetzt, entweder man kritisiert wirklich alle, die etwas machen oder gar keinen. Dann hör bitte auf, mich für meine minderjährigen Jokes zu fronten. Guck dir meinen Avi Rano an, der macht das in jedem Video. Dann kritisier den jetzt bitte auch oder lass mich in Ruhe. Wer entfernt sich denn von Kuchen? Ich habe nur Leute gesehen, die sich von dir entfernen. Wer arbeitet denn mit KuchenTV zusammen, außer Influencer, die das gleiche Klientel bedienen? Ja, das gleiche Klientel bedienen? Oh, ich habe Angst. Kommt jetzt wieder eine Politisierung? Das ist immer so letzte, letzte Ausfahrt Nazi-Keule. Aber ich hatte vor unserem Beef auch kaum Kontakt mit anderen YouTubern, weil mein Content auch gar nicht darauf ausgelegt ist, mit anderen zusammenzuarbeiten. Und trotzdem habe ich zum Beispiel Dauer-Placements mit Flying Uwe. iCrymax schickt mir immer wieder Sachen zu und auch privat habe ich mit ein paar Leuten was zu tun. Monte reagiert zum Beispiel hin und wieder auf mich. Trimax hat das gleiche getan, sogar ein Rezo hat sich jetzt ein Video von mir angeguckt, während du dir in der ganzen Zeit alle Influencer-Kontakte kaputt gemacht hast. Chat, ist das so? Ist Kuchen der Good Guy oder sind alle einfach jetzt die Bad Guys? Tja. Alle anderen sind schuld, nicht du, das will ich ihr nochmal sagen. Was ich auch nicht so ganz verstehe, ist folgendes. Was zu die Banken, wo Leute sich gar nicht dafür interessieren, weil KuchenTV den ganzen Tag da sitzt und Lügen in den Eta bläst, die er alle nicht belegen kann, die er alle nicht beweisen kann, wo er einfach irgendwas behauptet und Sachen in seinen Videos einblendet, die ihm widersprechen und seine Zuschauerschaft sagt, oh, sein Video hat's bewiesen, Bruder, er hat einen Clip eingeblendet, der ihm widerspricht, da ist nix bewiesen. Okay, in meinen Videos zur Shoyoka lüge ich die ganze Zeit, reiße Dinge aus dem Kontext und versuche sie nur so schlecht wie möglich dastehen zu lassen. Dann wäre es doch der einfachste Schritt, auf diese Videos zu reagieren, mich komplett auseinanderzunehmen und meine Glaubwürdigkeit zu zerstören. Das ist auch wieder so, also, ich weiß nicht, irgendwann schaltet mein Gehirn auch so ein bisschen aus, weil, weil da ja auch jetzt inhaltlich natürlich nicht mehr so viel passiert. Ich bin mal, ich bin mal ganz ehrlich, also das einzige, das einzige Video, was mich jetzt noch richtig hart interessieren würde, wäre von Leroy, Kuchen trifft Shoyoka. Ich finde, die müssen jetzt mal in denselben Raum. also, das, also, das, wie viel, wie viel Klicks würde das machen? Locker eine Million in, in, in einem Tag, oder? Leroy, du musst noch mal, du musst noch mal ran. Stellt euch mal vor, Shoyoka könnte jetzt wirklich in jedem Video beweisen, da hat er gelogen, da hat er gelogen, das aus dem Kontext, das ist falsch und das hat er weggelassen. Bro, meine Glaubwürdigkeit wäre kaputt, du würdest mein ganzes Image kaputt machen. Warum machst denn du das nicht? Tja, die Frage kann man sich vielleicht auch selber beantworten, aber ich versuche erstmal, ob Shoyoka selber darauf kommt. Dann auch sowas hier. Und dass für ihn so einen Kollateralschaden privat und finanziell mit sich zieht, dann ist das nicht meine Verantwortung. Wie hat er so schön gesagt? Wenn man in der ersten Hälfte gewinnt, dann hört man in der zweiten Hälfte nicht auf. Wenn er jetzt heult, dann werde ich in der zweiten Hälfte nicht aufhören. Und wenn er jetzt Angst hat, dass er seine ganzen finanziellen Rücklagen verliert und dass irgendwelche Firmen sich von ihm distanzieren und sonst was, das ist nicht mein Problem. Nein, Shoyoka, du schaffst diese Sachen ja nicht. Ich habe Real Talk überhaupt keinen Nachteil dadurch, dass du diese Seite oder diesen Kanal aufgemacht hast. Aber du versuchst einfach, mein komplettes Privatleben mit reinzuziehen und mir da Sachen kaputt zu machen, die mit dieser ganzen YouTube-Geschichte nichts zu tun haben. Und das ist... Funktioniert das eigentlich jemals, dieses ein Schlechtmachen? Irgendwie das dann... Also so... Ich finde auch da ist, glaube ich, der Zenit so ein bisschen überschritten. Ich glaube, man hat es auch ein bisschen übertrieben. Irgendwann, das war dann so... Dann kamen Sachen raus, dann wurden irgendwie... Wir werden Placements zurückgezogen. Jetzt gerade es kippt ja so ein bisschen auch, dass dann Firmen sich immer sofort positionieren und so... Ich weiß nicht. Also meine Wahrnehmung ist, die Leute finden das einfach gar nicht so geil. Lass doch mal einfach Menschen Menschen sein und ich finde, ich brauche auch nicht immer ständig irgendwann mal ein Statement von irgendeiner Scheißfirma zu irgendwas. Das ist menschlich einfach ekelhaft. Ich habe auch Chatverläufe von Freunden von dir geschickt bekommen, die deine Karriere sofort beenden würden, wenn ich die veröffentliche. Aber warum? Das ist nicht unser Spielfeld. Was ist das denn jetzt für ein Take? Ich habe... Was? Moment. Was hat der gesagt? Komm, die deine Karriere sofort beenden würden, wenn ich die veröffentliche. Aber warum? Das ist nicht unser Spielfeld. Es ist ekelhaft, so was zu machen. Hat er gerade gesagt? Also das war schon eine Drohung, oder? Ach, ekelhaft. Ich habe auch Chatverläufe von Freunden von dir geschickt bekommen, die deine Karriere sofort beenden würden, wenn ich die veröffentlichen würde. Das ist schwierig. 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 Ich will mal erklären, warum ich das einen problematischen Take finde. Also, das ist so, das ist wie mit diesem ganzen Doxing und so. Ich, wenn ich so sage, ey, pass mal auf, ich will gar keinen Stress mit dir. Ich habe Informationen. Ich weiß ja alles. Ich weiß ja, wo du wohnst und so. Aber das ist gar nicht mein Ding. Das ist ja gar nicht, was ich nutzen möchte. Also, schon zu äußern, also öffentlich, jetzt paar hunderttausend wahrscheinlich, mitzuteilen, dass man im Besitz von problematischen Chatverläufen einer Person ist. Also, ich bin der Meinung, das könnte man als Einschüchterungsversuch werten. Also, jetzt nicht juristisch gesprochen. Davon habe ich keine Ahnung. Aber ich frage mich halt, wieso gibt man diese Info so raus? Oder will man wirklich einfach nur, ja, wie damals, der fette, fette Ordner von Skurros. Ja, ich habe von euch allen, fand ich auch so ein bisschen, so ein bisschen, weiß ich nicht, was bist du, die Stasi oder was? Hast du von allen einen Ordner? Leute, nicht das Gleiche machen wir die Gegenseite. Das ist ganz gefährlich. Also, was ich bei der einen Seite irgendwie blöd finde, dass sie irgendwas rauskramen, private Chatverläufe veröffentlichen, Sachen aus dem Kontext reißen und so, das sollte man nicht machen, finde ich. Und auch dann zu sagen, man könnte es machen, ich kann den Schritt verstehen, ja. Gerade wenn man sehr persönlich auch davon genervt ist, was da passiert und man sich denkt, ey, was machst du da die ganze Zeit? Ich habe so viel Scheißkram von dir, ich könnte das alles veröffentlichen. Aber ich glaube, man sollte sich dann nochmal zusammenraffen, äh, zusammenreißen und es nicht machen. Also, das auch nicht erwähnen. Das wäre, glaube ich, die wahre Größe, äh, sag ich mal jetzt so, diese Chats zu bekommen und einfach nur zu sagen, danke, kein Interesse und es auch nie wieder irgendwie anzusprechen. Veröffentlicher. Aber warum? Das ist nicht unser Spielfeld. Es ist ekelhaft, so was zu machen. Und es ist genauso ekelhaft, das Privatleben mit reinzuziehen. Warum musst du das machen? Wir sind beides Personen des öffentlichen Lebens. Wir fronten uns einfach mit Sachen, die wir beide in der Öffentlichkeit gesagt haben und fertig. Man muss nicht versuchen, dem anderen das Leben kaputt zu machen. Dazu, da stimme ich ihm vollkommen zu. Wie gesagt, diesen einen Nebensatz, ich habe auch Sachen von dir, den hätte ich, den hätte ich weggelassen. Sagt sie auch das hier. Er verdient zur Zeit besser denn jemals. Ja, und gleichzeitig keult er darüber, dass er im Chat Lasagne schreibt gerade, nee, Lasagne schreibt im Chat gerade, er wollte nur zeigen, dass er es besser macht und dass es keine Drohung ist. Wie gesagt, ich unterstelle ihm nicht, dass es nicht alles, also man kann es ja auch nicht so gemeint haben, was kann ja trotzdem so verstanden werden. Das ist einfach nur mein persönlicher Eindruck in dem Moment, bring es nicht aufs Tablett. Wenn das Geld ausgeht und dass ich ihn finanziell ruinieren möchte. Ja, es macht doch deine Taktik nicht weniger ekelhaft, nur weil du es versuchst, aber nicht hinbekommst. Überhaupt, dass du dir diese Ziele gesetzt hast, mich privat zu zerstören und mir alle finanziellen Möglichkeiten zu nehmen, ist halt einfach menschlich ekelhaft. Was kann ich abschließend dazu sagen? Ich weiß es nicht, wirklich, keine Ahnung. Also ich bin sprachlos so. Also ich meine, dass sie jetzt nicht die Klügste ist, das wussten wir vorher auch schon. Das konnte er sich nicht nehmen lassen. Nochmal am Ende einen reindrücken. Aber sie macht das mit jedem Stream einfach nur schlimmer. Na gut, wir freuen uns auf jeden Fall auf diesen Made-Down-Stream. Bis da, meine Freunde. Okay, thanks, bye. Sehr schön. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen... Nee, jetzt gerade nicht. Das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss.